Musik 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 Lenze in Asten. Das Unternehmen haucht Industrieanlagen Leben ein. Mit einem Mix aus Hardware und Software. Digitale Programme steuern Motoren und die treiben Maschinen an. Wir erwecken Maschinen ins Leben. Von daher sind wir in vielen Maschinen präsent, die im täglichen Leben uns das Leben einfacher machen. Zum Beispiel täglich einen Einkauf erläutigen oder letztendlich auch einfach eine Bäckereimaschine ist, die uns die Semmeln herrichtet. 250 Mitarbeiter arbeiten bei Lenze in Asten. Spezialisten. Das ist die Flexibilität, die sozusagen die Vielfalt unserer Kunden widerspiegelt, weil wir in komplett unterschiedlichen Maschinen drin sind. Von der Verpackungsmaschine über Holzbearbeitungsmaschinen, über intralogistische Anwendung, Hochregallager und solche Themen. Und genau das müssen unsere Mitarbeiter auch abdecken und das tun sie mit Spaß. Die Mitarbeiter müssen natürlich entsprechend gut geschult sind, trainiert sein. Wir unterstützen das Ganze natürlich auch mit erstklassigen Systemen und der EDV, dass da diese kleinen Losgrößen einfach auch produziert werden können. Lenze hat weltweit Standorte. Asten ist Vertrieb und Logistik-Drehscheibe für Zentral- und Osteuropa. Zigmal täglich kommen wir mit dem Konzern in Berührung und merken es nicht. Wenn ich jetzt einen Joghurtbecher in der Früh hernehme und ich reiße den Deckel runter, diese Deckel werden ausgestanzt mit Maschinen, wo unser komplettes System drin ist. Und das sind sehr komplexe und sehr interessante Anlagen, da diese Joghurtdeckel sehr genau gestanzt werden müssen, sehr genau bearbeitet werden müssen. Die Systeme von Lenze stecken etwa in Kunststoffanlagen, Bühnentechnik und Lager von Lebensmittelhändlern. Der hat ein Portfolio von 30.000 Artikeln und wir sorgen einfach mit unserer Antriebstechnik dafür, für einen reibungslosen Ablauf im Lager, dass die Produkte am schnellsten von Punkt A zu Punkt B kommen. Jeder hat mit Antriebstechnik zu tun, jeden Tag vom Förderband im Supermarkt bis zum Baustellenkran, Aufzug, Rolltreppen und somit sind die Anforderungen total vielfältig. Das Aston Unternehmen liefert jährlich hunderttausende Produkte für Industrieanlagen aus. Je nachdem in welcher Ausführung die von Kunden benötigt werden, gibt es eben da sehr hohe Variationen und sehr große Abweichungen und das macht eigentlich den Fertigungsprozess bei uns recht spannend, weil nicht immer jeder Getriebemotor gleich ist. In einer eigenen Akademie lernen die Mitarbeiter, wie sie Leerzeiten vermeiden und effektiver arbeiten können. Denn die Auftragslage im Unternehmen wächst stetig. Immer wichtiger dabei die Software, denn Industrieanlagen werden heute digital gesteuert. Der Innovationsgrad ist sehr hoch, wo man dann schaut, dass man sehr viele Sachen automatisieren kann, um den Mitarbeiter zu unterstützen. Es ist sehr schnelllebig, viele Veränderungen, aber wenn man mit den Veränderungen gut umgegangen ist, macht das einfach riesen Spaß. Vor allem dann, wenn das Endprodukt an den Kunden geht, der damit dann seine Maschinen lebendig macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017